Schafe und Ziegen brauchen Vitamin B12 und Mineralstoffe, um gesunde Nachkommen zur Welt zu bringen. Schafsoll wird mit der Farman-Qualität hergestellt und deckt den Vitamin B12 und Mineralstoffbedarf ihrer Tiere ab. Es wird vor der Paarung und im zweiten oder dritten Schwangerschaftsmonat angewendet. Farman GmbH – Mein Bauernhof ist mein Leben